Was ist das Thema Mobilität? In, wenn möglich, bitte wenden, geht es wieder um das Thema Mobilität. Nachdem ja die beiden Senkhofer-Traveling-Bücher zu Bestsellern wurden, weil die Menschen eben mit dem Bahnfahren große Probleme haben, habe ich mir gedacht, ja gut, aber noch mehr Menschen fahren ja Auto und erleben noch viel schrecklichere Dinge den ganzen lieben langen Tag hinein. Und das ist dann eben Thema dieses Buches, was man bei dem alternativen Verkehrsmittel Auto so alles erleben kann. Also wenn möglich, bitte wenden, ist eigentlich eine Mischung aus einem Sachbuch und einem kleinen Roman. Also es sind viele Erlebnisberichte, insgesamt acht Stück. Es sind acht große Autofahrten. Der Hauptfigur Harald Grützner, das ist ein Handelsreisender, der sehr viel unterwegs ist, der jedes Jahr 70.000 Kilometer fahren muss und der also die verrücktesten Dinge erlebt. Und in acht Geschichten wird das eben dargestellt, was man so alles erleben kann, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Es gibt immer einen Schwerpunkt in jeder Geschichte. Sei es Navigationssystem oder Staus oder was passiert, wenn man sich ein neues Auto kauft, aber eigentlich die Bordtechnik nicht versteht. Und ja, das ist dieser Teil. Dazwischen sind dann so ein bisschen allgemeinere. Das sind dann eher die Sachbuchelemente, Psychotests, ob man der richtige Beifahrer ist, ob man präpariert ist für die allgemeine Verkehrskontrolle und was es alles so an Ausstattungsmerkmalen in einem Auto gibt. Ja, das ist ungefähr der Aufbau des Buches. Harald Grützner ist vielleicht teilweise alter Ego von mir, weil ich in der Tat auch selbst sehr viel Auto fahre. Ich fahre auch sehr viel Bahn. Ich bin überhaupt sehr viel unterwegs und dann erlebt man ja auch sehr merkwürdige Dinge. Ja klar, insofern steckt natürlich, es ist so ein bisschen der Grützner in uns allen und natürlich ganz besonders der Grützner in mir selbst. Da der deutlich zu dick ist, so wie ich ihn beschreibe, denke ich natürlich, es gibt auch Grenzen mit den Ähnlichkeiten. Der hat natürlich auch sehr, sehr viel mehr Pech, als ich das so in meinem Leben eigentlich habe. Aber es ist eben eine Figur von jemandem, der einfach dem mobilen Wahnsinn den ganzen Tag ausgesetzt ist und das auch so empfindet, dass er eigentlich hilflos vor dem Alltag steht. Hilflos vor seinem Auto, hilflos vor den anderen Mitreisenden, vor Staus, vor Polizisten, vor behinderten Parkplätzen. Also er kommt mit dieser mobilen Welt nicht so richtig zurecht. Ich bin selbst eigentlich gar keiner dieser Typen, die ich da beschreibe, weil ich rege mich ja über alle auf. Es sind insgesamt 14 verschiedene Autofahrertypen und schon gleich am Anfang des Buches steht ja der Satz, dass es im Grunde nur Schleicher und Raser gibt und dazwischen ein einziger Mensch richtig fährt, nämlich man selbst. Da ich nicht anders bin als alle anderen 55 Millionen Autofahrer, denke ich natürlich auch, ich fahre richtig und bin deshalb eigentlich keiner dieser Typen, über die ich mich da aufrege. Vielen Dank.